Fangen Sie die feindliche Korbett an! Gehe auf Position! Agent Mikko, greifen Sie die Schiffe an! Ja, Commander. Korbis ist unterwegs. Dranbleiben! Blockadebrecher zerstört! Commander Burst! Hier spricht North Ring! Die Ionenkanonen der Rebellen haben die Dauntless deaktiviert! Commander, ein paar Rebellentransporter sind unterwegs zur Dauntless. Dauntless? Wollt mein Schiff vernichten Sie, bevor Sie mich erreichen? Haben Sie verstanden? Ja, Sir. Jäger, Angriff auf die Rebellentransporter! Hindert Sie daran an Bord, wenn Dauntless kommt. Ich schalte Sie dann aus. Greife feindlichen Transporter an! Er versucht auszuweichen! Bespüren Sie ihn, bevor er an Bord kommt! Das waren alle! Die Dauntless muss ihre Energien herstellen! Wir müssen diese Ionenkanonen ausschalten! Ja, Commander! Mandizimieren wir die Rebellen! Bei allem Respekt, Sir! Sobald Ihre Systeme online sind, sollten Sie mit den Satelliten abziehen! Feindling? Nicht in Frage! Agent Harsk, feindliche Jäger nähert sich! Commander, ich werde verfolgen! Feindlicher Jäger auf 017! Bin auf dem Weg! Brauche freies Schutzfeld! Ich locke ihn in die Station! Commander Versio! Er ist noch da! Ich werde diesen Jäger nicht los! Alles klar, Agent Harsk! Danke für die Hilfe, Commander! Zeit, die Ionenkanonen auszuschalten! Commander, der Hangar ist frei! Ich gehe auf das feindliche Schiff! Harsk, auf mein Kommando stoßen Sie zu mir! Bis dahin decken Sie die Dauntless! Ja, Commander! Gute Arbeit, Commander! Gute Arbeit, Commander! Gute Arbeit! Gute Arbeit, Engineer Axtroide, Tür öffnen! Zu spät, was macht ihr? Hey, hör auf mich! Sechert die Box, stand mir auf! Axtroide, 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 Axtroide! Axtroide, Axtroide, Axtroide! Wie viele Meter! Das ist nur ein... Axtroide, 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 Axtroide! Axtroide, 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 Axtro Drohide, überladen die Kühlzellen. Das schaltet die Kanonen ab. Komm an, ich bin hier. Ich brauche Deckung. Soweit die Kühlzelle freiwillig zerstöre ich sie. Das schaltet die Kanonen ab. Und das? Zeit mit Fehlermatt! Feuer, der Eisende will mein... Feuer! 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 Wir brauchen hier mal Hilfe! Auf die Kühlzelle, Commander! Hey! Alles okay? Ausgezeichnet. Die zweite Zelle gehört Ihnen, Commander! Hack das Ding bitte! Hack das Ding bitte! Da kommen noch mehr Rebellen! Hattel. Halt der Schläge! Hром Gehen Sie den Sponsal an, Mann! Ionenkanone bereit für Detonation, komm an! Effiziell! Nummer zwei. Ich hab eine Idee für die letzte. Kühlzelle ist bereit, Commander. Gut. Ich platziere einen Sprengsatz. Was passiert, wenn die Bombe hoch? Das werden wir ja sehen. Genau wie geplant. Oh ja, klar, klar. Äh, gehört das auch zum Plan? Halt sie sich irgendwo fest! Oh, Iger! Schilde! Komm schon, Droide! Weiter! Nein! Infernotruf! Die Donkles hat wieder Energie, aber die Doklammern halten uns fest! Wie können wir helfen, Sir? Wir stellen Sie die Kontrollsteuerung dafür! Sir, ich soll die Satelliten beschützen, keine imperiale Station angreifen! Zweifeln Sie nicht an meiner Autorität, Commander Bersiok! Station angreifen! Satelliten beschützen! Das sind jetzt Ihre Befehle! Ja, Sir! Ask, bereiten Sie sich auf einen Angriff auf den Stationskontrollturm auf Fondorf vor! Wir können auch die Dokarme zerstören, um die Klammern abzuschalten! Das wird die Energie kappen! Rebellen dürfen nichts von unserem Plan mit Operation Asche erfahren! Wie lautet denn unser Plan, Sir? Macht! Es ist heute mehr, denn hier der einzige Weg zum Frieden! Admiral Bersiok! Die Galaxis säubern, Commander! Damit Sie wissen, wer hier wirklich herrscht! Commander Jäger im Anflug! Zerstören Sie die Schiffe! Ha! Rebellen abschrauben! Würden wir den Kreuzer ausschalten und übernehmen, könnten wir viel über den Feind erfahren! Die Rebellen bringen uns nichts! Ihre Schwächen würden uns scheitern lassen! Grüß dich, Agent Task! Ordnung entsteht nur, wenn die Galaxis sich uns unterwirbt! Erzähl! Satelliten werden bald in Sicherheit sein! Wo setzen wir die Satelliten ein, Sir? Schluss jetzt mit diesen Fragen, Commander! Erfreien Sie mein Schiff! Die Dorfletz ist frei! Die Dorfletz ist frei! Wir sind wie in Angriffsposition! Die Satelliten für Operation Asche wurden an Admiral Bersiok geliefert! Die nächste Mission ist ebenso wichtig! Inferno hat Zugriffsfreigabe für ein Geheim-Observatorium des Imperators auf dem Planeten Pilio! Es enthält gefährliche Artefakte, die der Feind nicht bekommen darf! Das Observatorium wird von einer Mantelverteidigung geschützt! Miko, Sie haben die nötige technische Expertise! Rüsten Sie eine Expedition aus! Finden und zerstören Sie das Observatorium! Wenn das Imperium hier ist, dann war mein Gefühl, rührte ich dich! Dieser Planet muss etwas ganz Besonderes sein! Du bleibst hier, Erzbo! Ihre Scanner haben uns bestimmt entdeckt!